Ja, liebe YouTube-Freunde, Alpacas bei mir in einem provisorischen Stall. Die sind da meinem Nachbar und der will am Freitag, werden die geschoren und die müssen da trocken sein. Also, sie können nicht im Regen stehen und man kann sie nicht scheren, ich weiss nicht, auf Hochdeutsch Haare schneiden. Darum sind die jetzt da in meinem Wagenschopf, der da provisorisch umgerüstet wurde zu einem Stall. Ja, 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 die Budi 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 Budi. Die Budi 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 Budi, ja. Budi Budi Budi, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, die haben schöne Wolle. Ja, so, 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 so. Ja.